Fürst Albert und Scharlene, täuschen sie eine Urlaubsidylle vor? Immer wieder gibt es hartnäckige Gerüchte, dass die Ehe von Fürst Albert II., von Monaco, 63, und seiner Gattin Scharlene, 43, vor dem Aus stehen soll und immer wieder werden diese von dem monigassischen Fürstenhaus dementiert. Zuletzt sah alles wieder sehr harmonisch aus. Der Fürst und die Zwillinge Jacques und Gabriela, 6, besuchten Scharlene endlich in Südafrika, wo sich die Fürstin aus Krankheitsgründen seit Monaten aufhält. Doch die Idylle scheint zu trügen. Wie die Bild-Zeitung jetzt berichtete, schliefen Fürst und Fürstin nicht in einem gemeinsamen Bett, sondern hatten getrennte Suiten. Seit März lebt Fürstin Scharlene nun schon von ihrem Mann und ihren Kindern, getrennt in Südafrika. Bei einer Naturschutzmission hatte sie sich eine Hals-Nasen-Ohren-Infektion zugezogen, die sie an der Rückreise hinderte. Im Juli noch hatte es Kritik gegeben. Weil Fürst Albert lieber zu den Olympischen Spielen nach Tokio gereist war, statt seiner kranken Frau zur Seite zu stehen, damit schien nun Schluss zu sein. Fürst Albert und die Kinder waren zu Scharlene geflogen, um mit ihr endlich Familienzeit in einem traumhaften Resort bei einer Luxussafari zu verbringen. Die schönen Familienfotos auf den Instagram-Kanälen schienen zu zeigen, die glückliche Familie ist endlich wieder vereint. Doch die Bild-Zeitung will nun herausgefunden haben, dass das Fürstenpaar nicht nur in getrennten Betten, sondern sogar in getrennten Suiten übernachtet haben soll. Und das nach einer mehrmonatigen Trennung. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche wieder brodelt. Statt die Gerüchte zu beruhigen, setzt der Kurzbesuch von Fürst Albert nun weitere Spekulationen über eine Trennung in Gang. Während Fürst Albert sich in Monaco angeblich schon mit seiner Ex-Affäre Nicole Kast, 49, getroffen hat. Betont Fürstin Scharlene hingegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Mann und ihre Kinder doch vermisse. Zu ihrem 10. Hochzeitstag, den die beiden getrennt voneinander verbringen mussten, postete Scharlene noch ein rührendes Video auf Instagram, in dem sie ihre Liebesgeschichte Revue passieren ließ. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Albert! Danke, dass du mich mit zwei Kindern gesegnet hast! schrieb sie damals dazu. Fürst ein wögelkreis Tschüssi - rockym- Naz probable bank bin аци